Aber das wird schon gehen! Ich hasse mein Leben! Hi, ich bin die Anni. Du fragst dich bestimmt, wie ich in dieser Situation gelandet bin. Es begann alles bei meiner Geburt. Aber das ist eine andere Geschichte. Fangen wir doch mal hier an. Ich streame jetzt schon seit drei Jahren auf Twitch. Was ich da mache? Keine Ahnung. Aber hier ist eine kleine Kostprobe. Manchmal sehe ich ganz bescheuert aus. Ein bisschen Gaming gibt's auch. Hier wird rumgemacht. Hier wird rumgemacht. Reden über was auch immer gerade ansteht. Mein Brötchen essen und es ist einfach alles voller Obstfliegen. Ich denke mir, wie kann das sein? Und dabei sind wir immer höchst seriös. Nur wenn sie aussah, als ob sie unbedingt gefickt werden wollen. Was? Falls ihr meinen Stream verpasst habt, keine Sorge, auf diesem Kanal kommt der gesamte Stream-Content in knackig zusammengefasste Videos online, seien es Let's Plays, Cosplay-Tutorials, Make-Up-Stuff, dumme Scheiße, die ich im Stream labere. Lasst mir also gerne ein Abo da, das würde mich extrem freuen. Bis zum nächsten Video. Eure Anni. 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 Eure Anni.